Hallo zusammen, wir haben den 29. August 1914 und der erste Kriegsmonat neigt sich dem Ende zu. An diesem Tag erfolgt der Sturm der deutschen Armee auf die Belgisch-Festung Antwerpen. In der deutschen Bucht kommt es zu ersten Seegefechten. In Ostpreußen und in Galicien versuchen die Mittelmächte sich weiter gegen den russischen Ansturm zu behaupten. Und die K&K-Kriegsmarine startet einen ersten Vorschluss ins Mittelmeer. Und damit herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War I. Los geht's! In der letzten Folge kam es beim deutschen Vormarsch an der Westfront zu schweren Kämpfen und die französische und britische Armee vermeldete schwere Verluste. Die Donaumonarchie behauptete die Verteiligungsposition in Galicien und startete begrenzte Gegenangriffe. Und die österreich-ungarische Offensive in Serbien führte zur Einnahme der serbischen Hauptstadt Belgrad. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Lord Kitchener ruft zu den Waffen. Da haben wir Umgruppierungen an der Westfront. Da haben wir Rückzug der russischen Kavaileristen. Zerstärkungen. Zerstärkungen. Leichter Kreuzer der Briten. Und ein weiterer leichter Kreuzer. Die wagen sich ganz schön weit in die deutsche Bucht. Gute Angriffsziele für die deutsche Hochseeflotte. Kommen noch weitere Einheiten ran. Angriff auf unsere Kavaileristen. Verdammt. Hat sich Gott sei Dank zurückgezogen. Franzosen versuchen natürlich Paris zu schützen. Kommen erste Angriffe in Galicien. Aber momentan kein Angriff auf Lemberg. Da haben wir einen Vorstoß Richtung Thorn. Kein Angriff bei Lemberg. Sehr gut. Können wir unsere Verteidigung weiter ausbauen? In Antwerpen wird er auf jeden Fall unser Ziel sein. Die Norweger protestieren gegen Angriffe der Entente auf ihre Handelsschiffe. Sehr gut. Die französische Mobilwachung geht weiter. Die russische Mobilwachung geht weiter. Auch ein weiteres deutsches Chor. Seeeinheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren Importe ins Deutsche Reich. Ja, die Blockade beginnt. Seeeinheiten der Entente blockieren in der Nordsee Importe ins Deutsche Reich. Japan erklärt den Mittelmächten den Krieg. Japan ist dem Krieg auf Seiten der Untot beigetreten, weil Japan ein Auge auf die deutschen Schutzgebiete in der Südsee hatte, als auch auf die deutsche Kolonie in China. Großbritannien und Frankreich forderten von Japan, dass diese Landtruppen an die Westfront schicken. Diese lehnten das jedoch ab. Und erst 1916, 1917 beteiligte sich Japan am europäischen Kriegsschraubplatz mit der Entsendung einiger Kriegsschiffe ins Mittelmeer. Wir haben einen strategischen Hinweis für das Deutsche Reich. Die Seeblockade der Entente gegen das Deutsche Reich. Der Feind könnte eine Seeblockade starten, um neutrale Schiffe daran zu hindern, unsere Küste mit Gütern anzulaufen. Wenn wir die feindlichen Flotten, die solch eine Blockade durchsetzen wollen, nicht angreifen, wird unser Volk Hunger leiden. Und die Moral der Menschen wird darunter leiden. Es gibt zwei Gebiete, in denen der Feind seine Schiffe zu diesem Zweck platzieren kann. Größte Wirkung kann zwischen Skapa Floh und Norwegen erzielt werden. Auch zwischen Schottland und Island kann eine Blockade verursacht werden, was allerdings weniger problematisch für uns wäre, da es dort für unsere Handelsschiffe einfacher wäre, durch das Netz der feindlichen Patrouillenschiffe zu schlüpfen. Hinweis, es ist nicht empfehlenswert, unsererseits Seeminen oder eigene Seeeinheiten in diesen Gebieten zu platzieren, denn damit würden wir unsere Handelsschiffe selbst behindern und so unsere nationale Moral senken. Unsere Strategie mit der Kaiserlichen Marine ist es ja erstmal, die deutsche Bucht zu verteidigen. Und da werden wir erst mit der Zeit sehen, das ist eher ein mittelfristiges Ziel, die Blockade der Entente anzugreifen. Der uneingeschränkte Seekrieg gegen das Vereinigte Königreich ist ein wirkungsvoller Weg, um die britische Wirtschaft zu schwächen. Entsenden Sie dafür Seeeinheiten zu denjenigen Konvoirouten westlich des Vereinigten Königreichs, die Handelsschiffe mit britischer Flagge aufweisen. Indem wir dort Seeeinheiten platzieren, können wir die britischen Häfen, zumindest vorübergehend, außer Betriebssätzen. Das wäre ein schwerer Schlag für die britische Wirtschaft und hätte dramatische Folgen für die Kriegspläne des Landes. Auch die nationale Moral des Vereinigten Königreichs würde darunter leiden, während unser Volk den uneingeschränkten Seekrieg feiern würde. Allerdings müssen Sie beachten, dass solch ein Vorgehen die amerikanische Regierung verärgern würde und die USA irgendwann zum Kriegseintritt treiben könnte. Wir werden diesen uneingeschränkten Seekrieg irgendwann führen. Wir werden erstmal abwarten, dass wir unsere zusätzlichen U-Boote bekommen und dann werden wir unsere U-Boote auch im Atlantik einsetzen. Das war's. Dann gehen wir zurück an die Westfront. Wir werden am Südabschnitt der Westfront beginnen und hier werden wir unsere Cores erstmal verschanzen. Erster Bayerische Chor. Rote Bayerische Chor. Die Einheiten bei Vardin sind schon verschanzt. Das dritte Bayerische Chor könnten wir verstärken, werden das jedoch noch nicht machen, weil ich erstmal schauen möchte, wo wir die MPP vielleicht noch benötigen. Wir haben insgesamt sechs neue Chors bekommen für die Westfront und hier werden wir auch mal schauen, ob wir alle Chors an der Westfront einsetzen oder vielleicht ein oder zwei Chors an die Ostfront schicken. Dann schauen wir hier in den Bereich und hier haben wir das 18. Chor, das angeschlagen ist. Wir können das Chor hier nicht stehen lassen, sonst werden die drei französischen Chors mit Sicherheit das deutsche Chor vernichten. Ich habe aber auch hier nicht unbedingt freie Chors zur Verfügung, die hier reinziehen könnten. Ich will die Stellung nicht aufgeben. Daher werden wir das fünfte Chor erstmal hier hochziehen. Wir ziehen das angeschlagene Chor hier rein und werden das hier verschanzen. Richtung Süden. Hier hat der Franzose nur die Möglichkeit mit zwei Einheiten anzugreifen. Und wir werden das fünfte Chor hier reinschicken und wir können es ebenfalls verschanzen. Und ich hoffe, dass das Chor eventuell in Angriffen der Franzosen standhält. Wir werden auch die Cavalry in Rhin verschanzen, ebenfalls nach Süden hin. Und hier werden wir gleich mal schauen. Wir gehen erstmal in den Bereich von Antwerpen. Wir starten jetzt unsere Angriffe auf Antwerpen, auf die Festung. Hier könnten wir mit unserer Artillerieabteilung reinschießen. Ich glaube jedoch nicht, dass wir in dem Zustand viel erreichen könnten. Wir könnten mit Sicherheit ein bisschen was an der Bereitschaft und Moral machen. Aber das wäre es dann auch gewesen. Daher werden wir die Artillerieabteilung auf volle Stärke bringen. Um sie in der nächsten bzw. übernächsten Runde besser einsetzen zu können. Die Aufklärungsbomber werden wir nicht verstärken. Und hier sollten wir vielleicht, bevor wir Antwerpen angreifen, den belgischen Befehlshaber, den König Albert, angreifen. Um ihn zu schwächen, dadurch würden auch die belgischen Einheiten weniger Moralbonus erhalten vom Befehlshaber. Und wir greifen auch mit dem siebten Kor an. Ja, vier Schaden, das war ein guter Angriff. Wir ziehen hier runter. Wir greifen mit der Cavalry an. Ebenso vier Schaden, auch gut. Wir könnten mit dem angeschlagenen ersten Cavalry-Kor hochziehen. Die Frage, würden wir den Befehlshaber rausbekommen? Wir werden es versuchen. Wir greifen an. Jawohl. Wir haben den belgischen Befehlshaber, den König, aus dem Spiel genommen. Dadurch erhalten die belgischen Einheiten weniger Moral. Und wir sollten jetzt mal schauen... Ja, wir sehen auch, dass die Ergebnisse ziemlich gut sind gegen Antwerpen. Und wir greifen auch als erstes mit dem neunten Kor an. Ja, wie angezeigt, eins zu fünf. Dann gehen wir mit dem sächsischen Kor drauf. Jawohl. Und damit steht die Festung Antwerpen frei. Wir können reinziehen. Und wir können mit dem achten Kor reinziehen. Mhm. Zieh erstmal mit dem zweiten Kor nach Bologna. Und greif die Marieninfanteristen an. Du könntest hier reinziehen. Ich will dich aber hier in die Position bringen. Du kannst noch hoch. Das werden wir machen. Du greifst ebenfalls die Marieninfanteristen an. Jawohl. Haben leider zwei Schaden erhalten. Dann gehst du nach Handwerpen. Greifst noch nicht an. Wir werden uns ein bisschen hier verschieben. Du gehst runter. Du ziehst ebenfalls runter. Dann werden wir das vierte Kor 1 zurückziehen. Du ziehst in die Lücke. Du hebst Stellungsgräben aus. Hier könnten wir einen Angriff starten mit dem Gardekorps. Sogar gegen den Befehlshaber 0 zu 5. Das würde jede Menge Verluste bedeuten für den Franzosen, weil er den Befehlshaber natürlich wieder auffrischen müsste. Das sind jede Menge MPP. Das werden wir uns nicht entgehen lassen. Wir greifen an. Jawohl. Hier werden wir uns verschanzen. Das ist auch so ein Knackpunkt hier. Er kann uns auch mit drei Einheiten angreifen. Hier sind wir noch nicht verschanzt. Richtig? Ja. Aber das werden wir riskieren. Jetzt werden wir unsere Befehlshaber nachziehen. Wir schauen mal in die Versorgung. Wir sehen nämlich, dass das Kor mit vier nur versorgt ist. Ebenfalls in der nächsten Runde. Das Cavalierkor ebenfalls. Wir müssen unsere Befehlshaber näher ranbringen. Du ziehst nach Lille. Du ziehst näher an die Front. Und dich sollten wir in der nächsten Runde nach Brüssel bringen. Du gehst erstmal ins Bergwerk. Und den Aufklärungsbomber ziehen wir ebenfalls eins vor. Damit haben wir eigentlich alle Einheiten an der Front bewegt. Wir haben Antwerpen eingenommen. Sehr gut. Bologna haben wir ebenfalls eingenommen. Und wir haben den belgischen Befehlshaber, den König Albert, aus dem Spiel genommen. Und da sind nur noch drei Einheiten hier in Flandern, die wir mit Sicherheit in der nächsten Runde, vielleicht in der übernächsten Runde, komplett aus dem Spiel nehmen können. Und gute Fortschritte, die wir hier erreicht haben. Was wollen wir jetzt mit den sechs neuen Kors machen? Das sind unsere nächsten Ziele hier an der Westfront. Auf jeden Fall Flandern, das hatte ich ja schon erwähnt, Erobern. Und wir sollten auch hier versuchen, Richtung Amiens durchzustoßen, um hier an der Seine eine neue Position einzunehmen. Wir werden dich vorschicken. Wir schicken auch die anderen Einheiten vor. Nicht mit Gewaltmarsch, weil ich den Moraleinbuß momentan nicht in Kauf nehmen werde. Du gehst ebenfalls vor. Und ich überlege, eine Einheit in den Osten zu verlegen. Und zwar das vierte Reservekorps. Das werden wir auch machen. Wir werden für 18 MPP die Einheit hier im Bereich bei Bromberg-Gaudenz verlegen, weil wir haben gesehen, dass hier zwei russische Kors aufgetaucht sind. Wir wissen nicht, ob hier weitere Einheiten sind, unter anderem Kavaristen. Die könnten durchaus die Festungen hier einnehmen. Daher werden wir dich Richtung Bromberg schicken. Und wir werden eine weitere Einheit verlegen, und zwar die angeschlagene Einheit. Das dritte bayerische Kors. Das bayerische Kors bringen wir nach Graudenz. Das mit Sicherheit hier verteidigen kann, falls die russische Armee hier einen Vorschluss machen sollte. Dann haben wir noch ein weiteres Kors, und zwar das vierzehnte Reservekorps. Das vierzehnte Reservekorps schicken wir erst mal nach Metz. Und das waren unsere Bewegungen an der Westfront. Das waren wieder gute Erfolge, die wir hier erzielt haben. Und wir gehen zur Kaiserlichen Marine in die Nordsee. Wir haben gesehen, dass Minenfelder ausgelöst wurden, und zwar zwei Minenfelder. Und es ist so bei Minenfeldern, wenn eine Einheit ein feindliches Minenfeld trifft, verliert diese zwei bis fünf Stärkepunkte. Und da leidet auch bei dem Moralen Verlust bis zu 15%. Und weiterhin werden auch die Aktionspunkte halbiert. Das heißt eigentlich, die Einheiten, die in dieses Minenfeld geraten sind, das ist mit Sicherheit einmal der Zerstörer, der auf fünf ist, und da wird wahrscheinlich noch eine Einheit gewesen sein, die hier oben ins Minenfeld geraten ist. Wir werden auf jeden Fall diese drei Einheiten mit unserer Hochseeflotte angreifen. Gut zwölf. Könnte den leichten Kreuzer Fearless angreifen. Das wird es auch machen. Ja, wie angezeigt. Wir bleiben erst mal so stehen. Das ist noch der leichte Kreuzer Talbot. Wir haben den französischen Zerstörer Yattakan. Wir holen mal unsere Schlachtschiffe vor. Erst mal die Rheinland. Wir greifen die Fearless an. Jawohl, haben wir versenkt. Wir haben einen Schaden erhalten, das war okay. Jetzt sollten wir die Molke ranbringen. In den Zerstörer, oder wollen wir erst mal den leichten Kreuzer vernichten? Ich würde sagen, versenken wir erst mal den Zerstörer. Hier könnten wir den Panzerkreuzer ranbringen. Versuchen wir es mal. Da hätten wir nur ein Ergebnis von 1 zu 2. Wie sieht denn das mit dem Linienschiff aus? 1 zu 3. Daher werden wir mit der Deutschland angreifen. Jawohl, 4 Schaden. Das war ein sehr guter Angriff. Jetzt bringen wir unsere Schlachtschiffe, bzw. Schlachtkreuzer vor, um den leichten Kreuzer zu versenken. Du ziehst erst mal eins hoch. Die ziehen vor mit der Helgoland. Die ist auch nach Helgoland gegangen. Sehr gut. Dann greifen wir den leichten Kreuzer an. Leider nur 5 Schaden. Wir ziehen wieder zurück in den Nord-Ostsee-Kanal. Wir bringen die König Albert ran. Greifen wir an. Jawohl. Haben wir den zweiten leichten Kreuzer versenkt in der Deutschen Bucht. Wir ziehen uns wieder zurück. Und jetzt sollten wir mit der Molke den Zerstörer rausnehmen. Wir gehen ran. Und vernichten den Zerstörer Jatagan. Jawohl. Ein fantastischer Erfolg der Kaiserlichen Marine in der Deutschen Bucht. Wir werden dich wieder zurückziehen. Du gehst hier hin. Du ziehst hier rein. Dich müssten auch wegziehen. Du gehst nach Kiel. Du ziehst in den Hafen. Du gehst hier hin. Wir behalten dich mal hier. Und wir sollten neue Minenfelder legen. Ziehen dich erstmal hier ran. Und du kannst noch mit Sicherheit das Minenfeld legen. Jawohl. Das wirst du auch machen. Ziehst eins zurück. Wir ziehen auch den anderen Zerstörer mal vor. Und du gehst nach Helgoland. Und schützt unsere Schiffe hier aus dem nördlichen Bereich. Dann werden wir in der nächsten Runde hier oben nochmal ein Minenfeld legen. Und mal schauen ob sich die Rolnevi bzw. die französische Marine wieder in die Deutsche Bucht wagt bei den Verlusten. Dann gehen wir die Ostsee. In der Ostsee haben wir gesehen, dass wir nichts gesehen haben. Und zwar unsere Combo-Route aus Schweden wurde nicht angegriffen. Unsere Combo-Route aus Norwegen ebenso nicht. Mal schauen ob das in der nächsten Runde erfolgt. Wir belassen unsere Schiffe erstmal in den Häfen. Wir gehen nach Ostpreußen. Wir sehen immer mehr russische Einheiten hier in Ostpreußen. Es fanden jedoch noch keine Angriffe statt. Wir werden dich verstärken. Ist die Frage, wollen wir den verstärken oder austauschen? Ich würde sagen, den tauschen wir aus mit dem Chor. Dann können wir nämlich die Abteilung woanders einsetzen. Unter anderem hier in Allenstein. Wir bringen die Abteilung mal hier runter. Du ziehst hier vor. Wir werden den Hindenburg nach Königsberg bringen. Wir könnten dich eigentlich hier reinziehen zum Schutz von Marienburg. Ja, das machen wir. Verschannend sind alle Einheiten. Jawohl. Das waren dann unsere Bewegungen hier in dem Bereich. Dann können wir den Aufklärungsbomber noch vorschicken für die Aufklärung. Und wir können unsere Marieninfanteristen auf volle Stärke bringen. Das machen wir. Um eine mögliche russische Offensive hier in dem Bereich in der nächsten Runde abwehren zu können. Hier in Schlesien sieht es eigentlich gut aus. Wir haben hier keine Vorstöße der Russen. Die könnten wir noch verschanzen. Das werden wir machen, sicherheitshalber. Ansonsten müssen wir momentan hier keine Bewegung starten. Das waren auch unsere Bewegungen mit dem Deutschen Reich. Wir haben 194 MPP. Wir schauen in die Forschung. Wir könnten mit dem Deutschen Reich in die Infanteriekriegsführung investieren. In die Führung und Kontrolle. Beziehungsweise in die Logistik. Wir werden 50 MPP in die Logistik stecken. Auch aufgrund der Verlegung, die wir mit Sicherheit haben, zwischen Westfront und Ostfront und umgekehrt. Da haben wir noch 144 MPP. Und diese MPP sollten wir in die Infanteriekskriegsführung investieren, um hier vorne dran zu bleiben. Noch 44 MPP. Hier könnten wir bei den Jagdflugzeugen noch investieren. Das machen wir nicht. Wir behalten die 44 MPP für die nächste Runde. Dann kommen wir zu den Österreich-Ungarn. Nach Galicien. Und hier könnten wir Einheiten verstärken. Wir haben gesehen, dass hier ein Angriff stattfand. Hier bei Lemberg aber noch nicht. Er sammelt hier anscheinend seine Einheiten. Wir könnten das 17. russische Korps angreifen. Das werden wir auch machen mit dem 1. österreich-ungarischen Korps. Leider nur 3 Schaden und 2 bei uns. Dann gehen wir drauf mit dem 10. Korps. Wir haben 2 Schaden erreicht. Das war gut. Die Einheit hat sich zurückgezogen. Wir könnten nachziehen mit den Kaloristen. Aber wir sollten durchaus das Korps aus dem Spiel nehmen. Wir ziehen nach. Und wir können leider das Korps nicht komplett vernichten. Daher bringt es nichts, hier anzugreifen. Wir werden hier vorziehen, um die Stellung zu besetzen. Du bleibst so, wie du bist. Wir werden dich 1 zurückziehen. Du ziehst 1 vor, weil wir dich nämlich verschanzen können. Und du ziehst nach Tarnow. Wir werden die Kaloristen zurückziehen. Dann können wir hier einen Austausch vornehmen mit dem 4. Kalorikor. Das werden wir auch machen. Wir ziehen dich hier zurück. Wir werden dich in die Stellung bringen. Was würde uns das kosten, dich fit zu machen? 56 MPP. Das werden wir noch nicht investieren. Wir könnten das Korps hier reinziehen, um das 8. Korps aus der Front zu nehmen. Sollten wir machen, weil wir sehen hier 3 Korps bei Lublin, die durchaus runterziehen könnten. Wir ziehen dich aus der Front raus. Du ziehst hier rein. Können wir dich verschanzen? Ja, sehr gut. Das werden wir machen. Du ziehst noch 1 vor. Wir könnten Aufklärungsflug starten. Das werden wir auch machen. Wir sehen hier eine Menge Korps. Die russische Armee bereitet einen Angriff auf Lemberg vor. Wir haben hier eine Verschanzung von 3. Die Bereitschaft und Moral des 9. Korps ist sehr gut. Und die können hoffentlich hier aushalten. Die Befehlsverhältnisse sehen soweit eigentlich ganz gut aus. Das Korps ist nicht unter Befehl. Ist soweit okay. Das wird mit Sicherheit hier Angriffen standhalten können. Das waren dann unsere Bewegungen hier in den Bereich. Wir gehen nach Serbien. Und hier werden wir erstmal unsere Verluste auffüllen. Da werden wahrscheinlich die meisten unserer MPP weg. Ja, müssen wir machen. Da haben wir noch 54 MPP. Könnten die Abteilung auf volle Stärke bringen. Oder wollen wir dich auf 9 bringen? Wir werden das Korps auf 9 bringen. Da haben wir fast alle MPP ausgegeben. Und dich können wir noch auf 7 bringen. Das machen wir. Und damit hat Österreich-Ungarn keine MPP mehr. Und Angriffe werden wir in dieser Runde auch nicht starten. Wir schauen uns mal die Versorgung hier an. Die fantastisch ist. Wir werden dich nach Norwissat bringen. Das waren unsere Tätigkeiten mit Österreich-Ungarn. Wir haben noch die K&K-Marine. Wo wir momentan hier in dem Bereich, in der Adria, nichts machen werden. Wir gehen zu unserem U-Boot. Und zwar U-5. U-5 werden wir hier im Mittelmeer auf die Combo-Route legen. Und werden erstmals versuchen, Handelsschiffe zu versenken. Die Combo-Route aus Ägypten. Mhm. Dann gehen wir zu den Osmanen. Und hier bewegen wir unsere Einheiten weiter Richtung Osten. Und die Abteilung, die wollen wir ja hier unten in Arabien ansetzen. Aber die kommen nur schwer vor, wegen der schlechten Infrastruktur. Da werden wir dich noch bewegen Richtung Erzurum. Erstmal hier hin. Und dann können wir in der nächsten Runde unsere Stellung hier im Kaukasus komplett besetzen. Das war noch unsere Bewegung mit dem Osmanischen Reich. Wir könnten mit dem Osmanischen Reich in die Forschung investieren. Und zwar in die Grabenkriegsführung. Das wäre durchaus sinnvoll. Das werden wir auch machen. Wir investieren hier 60 MPP. Und dann gehen wir zurück an die Westfront. Und wir beenden diese Runde. Belgien verlegt die Regierung nach Ypern. Die französische Mobilmachung geht weiter. Weitere französische Einheiten. Weitere sibirische Einheiten treffen in Moskau ein. Josef Pilszczycki bildet eine polnische Legion für den Kampf in Österreich-Jungarn. Sehr gut. Und Liman von Sanders übernimmt das Kommando über die osmanischen Truppen. See-Einheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren Importe ins Deutsche Reich. Diese Informationen werden wir in jeder Runde bekommen. Und die See-Einheiten der Entente blockieren in der Nordsee Importe in das Deutsche Reich. Die Österreich-Ungarn haben Fortschritte bei den Infanteriewaffen. Sehr gut. Und das Deutsche Reich erhält 332 NBP. Österreich-Ungarn 224 NBP. Und das Osmanische Reich 81 NBP. Das wären immer mehr. In der nächsten Folge kommt es vor Paris zu überraschenden deutschen Angriffen. Die belgische Armee versucht Flandern zu verteidigen. Die Donaumonarchie erleidet schwere Verluste in Galicien. Und die Offensive auf dem Balkan wird fortgesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Medeberg. Die Donaumonarchie erleidet schwere Verluste in Galicien. 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 Untertitelung des ZDF, 2020